Salve Leute, Yoshi hier und wir sind wieder da, bei der nächsten Aufnahme-Session von Portal 1. Ja, wir sind stehen geblieben in Testkammer 15 und ich hab euch ja gefragt, könnt ihr mir da weiterhelfen, ich bin da nicht so gut drin. So, hat sich natürlich ZX83 aka Jay angeguckt und gesagt, ey Junge, du kannst es gar nicht, ich weiß wie es geht. Und, oh, er wollte es mit kommentieren, aber egal, das ist mir gerade so aufgefallen, egal, egal einfach, es ist einfach egal. So, äh, ja, wir setzen das wieder da oben hin, ja, und jetzt kommt nämlich sein Bro-Skill-Wissen, möchte ich es nennen, so, nämlich, hier einfach durchjappen und dann, bam, ja. Ja, ja, das war, äh, Bro-Skill, natürlich muss man das noch können, aber ihr wisst ja, was ich damit meinte und ich denke mal, ihr hättet's auch gewusst. Also, äh, nicht verzagen, Yoshi fragen und natürlich dann perfekt dran vorbeispringen. Also, das muss man dann noch erstmal hinbekommen, ja, das ist, äh, ein sehr, äh, schweres Ziel, was ich mir gesetzt hab, muss ich ja sagen. Du, 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 ja, Mann, ja, wir haben's geschafft, äh, würde ich mal sagen. Und, äh, ja, für, was, äh, wir hier machen wollen, übt sich, äh, übricht sich wahrscheinlich, wenn ich das hier so sehe. So, hm, was müssen wir denn machen? So, ja, hier überall können wir auch wieder Portal ins Schießt, doch, so, ja. Ja, wahrscheinlich ist das wieder so, äh, aber, so. Nein, okay. So. Und dann muss ich hier das Orangen da hinschießen. Pff, ja. So, und, äh, jetzt muss ich's irgendwie hinkriegen, das. Das, äh, ist dahin fliegt, wo's hinfliegen soll. So. So. Natürlich fliegt's nicht dahin, wo's hinfliegen soll. Natürlich, aber, fach, wir könnten's auch anders sein. So. So, äh, fliegt's jetzt richtig? Natürlich nicht. So. Ist's jetzt richtig? Bitte, sagt mir, dass es richtig fliegt. Ihr seht, ob es richtig fliegt. Wenn dann auch das Licht angeht. So. Können wir das direkt nebeneinander platzieren? Nein, natürlich nicht. So. Hm. Das ist wahrscheinlich wieder zu hart für mich. Zack. Zack, du Sack. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Aber wie kommen wir zurück? Wie kommen wir wieder zurück? Oh, ich glaub, ich lade das, äh, Safe Game. So. Und mach das einfach nochmal. So. Ich glaub, ich glaub, ich hab da nämlich ein Fail gemacht. Äh, ich rate einfach mal, dass ich ein Fail gemacht habe. So. Nämlich hier. Und dann, äh. So. Wir wissen ja jetzt, wie wir da durch können. Oh ja. Wenn wir's dann auch noch könnten, äh, wäre dann auch noch von Vorteil. So. Oh, ich will die ganze Tab drücken, um zu gucken, wie viele Spieler da sind. Aber ich bin ja alleine. Ich bin ja alleine. Nein, äh, ganz geschafft. Tja, gut. Ja, hier ist so, äh, Dings, ne? Oh, äh, machen wir das denn. So, das fliegt dahin, dann fliegt dahin, ne? Das hat uns viel gebracht, äh, so. So. Boom. Das hat uns was gebracht. So, wir machen jetzt einfach mal den unendlichen Sprint, weil wir's können. Hui, wir sehen uns die ganze Zeit und wir haben komische Beinimplantate und wir können springen und wir können springen und wir können springen und total beansprachend, weil... Baum, ich weiß es nicht, äh, ich hab schon wieder keinen Plan von dem Spiel. Okay, irgendwann wird's mir zu, äh, das wird's irgendwann zu Latein, ne? Zu Latein, ja. Oh ja. Ja, vielleicht soll ich auch treffen, ähm. Hui. So, wir haben... Das wäre natürlich schon geil, so, ähm... Zack, zack. Nee, nee, du sollst schon hier so... Weißt du? So. So, so, so. Nein, du sollst nicht... Weckspringen, du sollst nicht wegspringen. Du sollst nicht wegspringen. So, fun, fun. Das springt da. Dann springt das da. Aber es muss da hin. Also irgendwie müssen wir das da runterkriegen. Können wir da vielleicht hochlaufen? Nein. Natürlich nicht. Können wir hier irgendwie so durch. Wir haben uns gerade selbst umgebracht, oder? Wir haben uns gerade selbst umgebracht. Das war intelligent. Das war äußerst intelligent. Intelligent wie eh und je. Oh, das ist doch... Ein Sabra ließ das. Und wir sterben nicht. Muss ich vielleicht die Bau... Ja, ich muss die Maus bewegen, damit sie nicht wiederbelebt werden. So, ja. Gut, gesetzt. Und dann... Dann vielleicht auch noch schaffen. Naja, jetzt wird es zu logisch für mich, bis der jetzt, jetzt wird es zu zu hart. TX-380! 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 DRIBELN! Heheheh! Nooh. Ich muss das Portal dann immer nochmal nutzen, dass ich gesagt habe, ich habe es wenigstens beverageisch. TX-380! Tic-380! Soll. Also ich bin gerade äußerst gut am Springen. Warum auch immer meine Framerate kackt gerade ab. Oder kackt gerade mit Essen oder was auch immer. Aber, ah, Mann. Der geht's heute nicht gut. Die hat heute ihre Tage. Ja. Gut. Jetzt ist, äh, ein Geratzer. So, okay, ähm, irgendwie müssen wir dieses Schild da aufheben. So, ich will jetzt mal gerne, was da aussieht. Komm ich da irgendwo? Komm ich da hin. Nein, ich komme dann, ne? Ja. Das hat mir ganz viel geholfen. So, und, wie machen wir das? Am besten wäre es ja so, ne? Warte mal, es kommt. Hä? Es kommt auf den Hinweg durch, aber auf dem Rückweg nicht. So. Soweit, glaub ich, krieg ich's noch hin. Glaub ich. Vermutlich. Hoff ich. Oh ja, das war natürlich gut. Ja, äh, Portale zu treffen ist äußerst schwer, besonders wenn man Yoshi ist. So, also, also, ich ist, hui, so, ne Portale wie er, ne Stoll. Wo ist's? Naja. Oh, ja, geil. So, warte mal. So, warte mal. So, warte mal. So, zack. So, zack. So, zack. Ja, okay. Also, das Glas können wir durch. So, zack, zack, zack. So, und dann, wenn's da einmal drin ist. Nein. Nein. Ah, nein. Ah. So. Komm schon. Komm her. Nein. Ah, nein. Huh, huh. Bin ich pro. Ey, ich bin so pro. Ich sollte pro heißen. Oh, yeah, 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 yeah. Ich weiß nur, dass ich's weiß. Yeah. London, Paris, da kommt ich wieder heim. Yeah. Denn ich bin frei. Ich weiß, dass es viel gibt, was es mir gefällt. Und glaubt mir, das Beste, was ich bin, ist ich. Und, äh, was mir bin, ist ich. Äh, ja, logisch. Äh, ja, wir kreisen hier graziös das Portal. Ja, wir haben's geschafft. Und, oh, und jetzt ist es natürlich nicht da, sondern erst mal da. Aber, dass wir das geschafft hätten, äh, das hätte ich mir selbst nicht zugetraut. Äh, muss ich ja sagen. Ich weiß, Jay wollte mit kommentieren, bla bla bla. Ja, wer interessiert schon für Jay? So, vielleicht wäre Umkehren ganz sinnvoll, aber naja. So, mir wird das zu knapp. Aber wie soll denn das dann gehen hier? Ja, oder? Da müsste man ja zack und zack, also da müsste man ja hier gucken oder so. Da zu den Dingen ankommt und dann, äh, direkt hier der nächste. Weiße. Nein. Oh, verdammt, das Falsche. Ja, okay. Wir sollen da hin. Also, muss ich da das Ohr aufnehmen. Okay, komm. Weiter vor. Weiter vor. Ich hab's System gerafft. Leute, ich hab's System gerafft. Ein Umo schließt, bitte. Nein! Ah, verdammt. Hey, so. So. Oh ja, geil. Aber jetzt haben wir ja hier, zack, blau. Jetzt orange. Kommt dann, ähm, da hin. Hab ich gerade nicht entschlossen, dass da hin kommt. So. Puh. Ich hätte auch noch natürlich in den anderen Raum reinschießen können, aber nee, das wär ja zu einfach gewesen, wisst ihr? Ja, wir haben's geschafft, würd ich sagen. Ah. 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 So, okay. Hey, ich muss mir das System erstmal gut achten. So, erstmal hier, äh, so, die Kamera bekommt, ja? Auch, verdammt. Ein bisschen zu tief. Ach. Ich tue nicht. Niemals. 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 So. So. Ok Auken Art von also wenn ich auf den drauf stehe ok so ok ich muss das also genau timen ich muss sagen ach so erst das dann so natürlich geil und da ist wahrscheinlich der nächste oh ja, fail wenn man von der Plattform runter geht dann zieht das häufig ein Fallen nachricht genauso wie der Soldat am Ende eines Baumes das Klettern selbstständig einzustellen hat ich zitiere hierbei aus dem Bundeswehrhandfuhr ja, nicht aus dem Bundeswehrhandfuhr nicht, dass sich da jemand was deckt ja, ne schön hier am chillen mit den Chilenen mit den Chilenen so und dann FUMS FUMS mit den Chilenen zu der Aperture-Science der Steam-Fund für Mädchen ist wahr Juhu, wir können alle unsere Organe spenden ja äh, gut ja, ich bin der Yoshi, deswegen kann ich, äh, würde es nicht viel bringen wenn ich all meine Organe spenden würde, weil, naja die sind alle nur für Yoshis ausgelegt also, wenn ein Mensch mit dem Yoshi-Herz äh, mit Yoshi-Herz zum Beispiel rumlaufen würde, ne da wird man häufig im Skype angeschrieben, ne wenn man die hat so, da laden wir Daten und ich glaub, wir laden gleich jemanden ein ich pausier hier mal kurz und wir sind dann gleich wieder da und das ist das ist